Musik 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 Wie lassen Sie man ruhig in Ruhe, Fräulein? Ja, das ist nämlich, das ist eine reiche Amethanerin. Donnerwetter, ganz erstklassig. Gar nichts zu bezahlen. Wem gehört denn der Stein? Stern, Stern, Stern. Na, 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 du ist aber gut hier, eh. Ich wollte Ihnen doch bloß das Geld zurückbringen, das ich hier gestern geklaut habe. Vernichtige Person? Ja, ich komm noch. Klasse. Meine lieben Herren. Peilchen wie de Sonne. Miss Lees wurde als Insekt gebadet. Als Kind? Insekt. In Angewärmten. Na, und das Töpfchen, das war ja nun ganz das Gold. ... Märchenhaft. Romantisch. Der Fantasie dürfen keine Grenzen gesetzt sein. Sie, machen Sie welche weiterkommen mit Ihrer Kaffeemühle? Ich bin hier bestimmt. Sie? Ja. Ach, machen Sie doch keine Witze. Na los! Dankeschön. Na dann noch Wiedersehen. Na na, halt, halt! Wo willst denn hin? Ach, ich werde schon wieder was finden. Was macht sie denn mit dem... Ja, sie kauft so kleinen Blumenmädchen Blumen ab und niedlich. Und was spricht sie hier von mir? Von Ihnen? Nee, eigentlich gar nicht. Ja, und... Tja, aber was macht sie denn mit meinen Blumen? Nun, die stellt sie ins Wasser. Warum? Na so... Ja, selbstverständlich. Versteck ich. Ein bisschen romantisch und ein paar Zärtlichkeiten. Ein bisschen... Ein bisschen verliebt sein. Ein bisschen verliebt sein. So war's zu allen Zeiten. Sie machen uns selig auf die meisten Augenblick. Ein bisschen romantisch und ein bisschen romantisch. Ein bisschen romantisch. Ein bisschen romantisch. Untertitelung des ZDF, 2020